Ich freue mich riesig drauf, sage ich mal nochmal, gerade gegen viele alte Kollegen zu spielen oder hier auch gegen den direkten Konkurrenten auf der Sechs zu spielen. Gegen den direkten Gegner freue ich mich sehr drauf, wird ein hart umkämpftes Spiel, wird auf jeden Fall Feuer drin sein. Ich denke auch, dass das eine kampfbetrohnte Partie sein wird, um Kevin als Gegenspieler, so wie es wohl aussieht und es kommt eine Menge Arbeit auf uns zu. Wir müssen mal fest wünschen. Mir natürlich. Ich hoffe natürlich, dass wir das Maximum rausholen und natürlich ein Sieg für uns dabei rausspringt. Ja, vom Potenzial her, vom Namen her, von den Leuten her und wie wir auch stehen in der Tabelle, ist es für uns natürlich Pflicht, auch gerade gegen Simon den Sieg zu holen. Ich denke heute nochmal beim Abschusstraining nochmal ein bisschen Feuer reinkriegen, die Zweikämpfe anzunehmen und dann mit dem unbedingten Wille nach Trier fahren und die drei Punkte zu holen. 2-1 für Salmpo. 3-1 Trier.